Hallo, hier spricht Steff und das ist Inga von Bancanto. Wir machen Metal a cappella, nur mit fünf Sängern und einem Drummer. Vor zehn Wochen kam unser viertes Album Break the Silence raus. Auf der Limited Edition auch der Track A Storm to Come. Eine Vorschau auf unser Transmedia-Projekt Pair Returns, zu dem es nächstes Jahr die erste Veröffentlichung als interaktive App mit Musik und bewegten Bildern geben wird. Jetzt haben wir aber die Chance, das Ganze auch als Bühnenstück aufzuführen. Das berühmte Thalia-Theater in Hamburg nimmt Vorschläge für den Spielplan 2012-2013 an. Unabhängig davon, wer das Stück geschrieben hat, die Top 3 dieser Abstimmung werden gespielt, selbst wenn es Metal a cappella ist. Wir bekommen oft zu hören, dass wir keine richtige Metal-Band sind. Macht uns aber nichts, solange es vor der Bühne genau so aussieht. Wenn ihr also wollt, dass es im Theater auch so aussieht und endlich mal ein bisschen was anderes passiert auf deutschen Bühnen, dann unterstützt uns bitte und stimmt bis zum 15.12. für uns ab. Und zwar so. E-Mail an spielplanwahl at thalia-theater.de Betreff Spielplanwahl Im Text euren kompletten Namen inklusive Adresse Der Name des Stücks, in Deutsch Peers Heimkehr Und den Namen der Autoren Hopf, Schmidt, Emig Wer das Ganze noch cc an thalia-returns.com schickt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Es gibt das Motiv von A Storm to Come als Leinbanddruck mit allen Unterschriften. Infos dazu auf www.wankanto.de Vielen Dank und Rackattacker! Vielen Dank und Rackattacker!